Out of Balance von Chris Brin Es liest Uwe Teschner Folge 5 Untergang Kapitel 1 Bethany's Revenge Im Gegensatz zur Raumstation brüllte die Revenge. Viel lauter als der Frachter, mit dem sie nach Kopernikus gereist waren. Ein älteres Modell? Cap hatte keine Ahnung. Das Vibrieren des Bodens schien sich auf alles zu übertragen, was er berührte, auf was er sich setzte. Es kam ihm vor, als ob die Pritsche unter seinem Hintern bebte. Garantiert auch nur Einbildung. Nach den Geschehnissen auf der Station brauchte er einfach Zeit, um wieder klar denken zu können. Es war alles. Schalter, Hebel und Knöpfe wirkten hier altmodisch auf ihn. Auf Kopernikus war er es gewohnt gewesen, dass die Technik auf einen leichten Druck seiner Finger hin reagierte, dass ihn die KI mit Namen ansprach, nachdem sie seine Iris gescannt hatte. Hier musste er sich selbst auf die Handbewegungen konzentrieren, mit denen er zum Beispiel die Zugänge zur Pilotenkabine, zur Quartierhalle oder zur Bordküche öffnete. Mit leerem Blick starrte Cap auf die graue Stoffbespannung des Raumteilers vor sich, eine von vielen, die im Frachtraum der Bethany's Revenge so etwas wie Privatsphäre schaffen sollten. Die einzige, die ein eigenes Quartier bewohnt hatte, war Big Bethany selbst, doch dieses hatte sie als Besprechungsraum und Kommandozentrale zur Verfügung gestellt. Dimitri, ihre rechte Hand, hatte es sich schon vor dem Crew-Zuwachs zwischen Transportkisten bequem gemacht. Caps Gedanken schweiften. Horn war tot. Cap hätte den Geschäftsführer von Space Seed lieber in irgendeinem Gefängnis verrotten sehen, als dessen Einzelteile für alle Zeiten in den Weiten der Galaxis verstreut zu wissen. Kindesentführung, illegale Adoptionen, Vertragsbruch mit der NH, Betrug an der Erdbevölkerung. Gewiss hatten sie nur an der Oberfläche von Hongs Machenschaften gekratzt, aber schon dafür hätte er weitaus mehr verdient gehabt als einen schnellen Tod. Geht's dir gut? Larissa stammt neben Cap eine Tasse in der Hand. Ich hab dir was mitgebracht. Heizenmilch? Grinsend schüttelte sie den Kopf. Irgendein Kaffeeersatz. Weizenprodukte sind reglementiert. Die Pilotin hat ein Auge drauf. Sie selbst gönnt sich ab und an mal ein Glas Milch, hab ich Leuten hören, und für uns ist wieder mal Lagernahrung angesagt. Ja, genau wie Lageratmosphäre. Harte Betten und Mannschaftsquartiere. Cap deutete mit dem Kinn auf den Paravent vor ihm. Sie lachte. Sicher einzuleben fällt uns nicht schwer, oder? Nicht unter dem Gesichtspunkt. Er nahm die Tasse entgegen, nippte vorsichtig an der hellbraunen Flüssigkeit und verzog den Mund. Och, Mann, ich kann nicht behaupten, dass ich das vermisst habe. Larissa setzte sich neben ihn auf das Feldbett. Nicht unter dem Gesichtspunkt? hakte sie nach. Was soll das bedeuten? Er stellte die Tasse auf den Boden. Wir sind auf einem umgebauten Frachter. Und? Auf dem Hiroyuki zusammen mit einer Frau das Sagen hat, die sich Big Bethany nennt, und die dem Big alle irre macht, ergänzte Larissa. Ja, und über die wir nichts wissen. Vor allem nicht darüber, wie Hiroyuki gedenkt gegen Space Seed vorzugehen. Was ist mit Lutt und seinen Leuten? Du denkst so viel nach. Er sah sie erstaunt an. Tu etwa nicht? Larissa zuckte mit den Schultern. Ich halte Hiroyuki für jemanden, mit dem man reden kann, auch wenn's verdammt nervenaufreibend ist. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Und das, nachdem er dir ins Bein geschossen hat. Sie runzelte die Stirn. Ich will nicht behaupten, dass er mein Seelenverwandter ist, aber die Wunde ist gut verheilt. Ich spüre nichts mehr, und ich finde, mein Einsatz hat sich gelohnt. Außerdem, sie zögerte. Bei mir liegt der Fall anders als bei dir. Wohin sollte ich gehen? Auf mich wartet niemand auf der Erde. Zur Station zurückkehren kann ich nicht, und selbst wenn ich es könnte, nein, danke. Sie betrachtete ihn. Dich beschäftigt doch noch was. Ist es wegen Fena? Ja, wir haben die Typen entkommen lassen. Mit Pedro, Larissa kecherte. Jetzt bleib doch mal ernst. Keb, wir hatten keine Chance, die beiden zu überwältigen. Fenas Leben stand auf dem Spiel. Wir waren zu zweit mit einer Schusswaffe. Unser Team war komplett überfordert und über die ganze Station verstreut. Iroyuki sagt, Fena ist heil in Neu-Berlin abgeliefert worden. Mir gefällt es auch nicht, dass sie jetzt für Marco Schwarz arbeitet, aber das war es, was sie wollte, und es geht ihr sicher gut. Fena hatte sich geweigert, sie zu begleiten, als er sich mit Larissa zur Revenge aufgemacht hatte. Die Frau mit dem Irokesen war regelrecht versteinert gewesen, ihr Mund zu einem dünnen Strich geworden. Vermutlich würden sie nie wieder etwas von ihr hören. Als Lösung kann ich das nicht bezeichnen. Sondern? Er zuckte mit den Schultern. Als Flucht. Kurze Zeit nach Fenas Freilassung und dem Abdocken der Laditen von Kopernikus hatte die Bethany's Revenge angedockt. Beide Ereignisse schienen die Ops nicht zur Kenntnis genommen zu haben, oder die Kommandozentrale hatte den Überblick verloren, was wenig verwunderlich wäre. Viele Bewohner, inklusive Brigadier Lawrence Huggins, wurden vermisst. Einige waren durch den Riss in der Aboretumskuppel ins All hinausgesogen worden, wie in den eiskalten Staubbeutel eines Hausrobots. Ins Aboretum selbst kam niemand hinein oder hinaus. Techniker und Sanitäter rannten wie getrieben durch die Korridore der Ebenen, und Kommandantin Beljajev hatte alle Hände voll zu tun, Neu-Peking zu erklären, warum der Kontakt zur Konfuzius plötzlich abgebrochen und das Shuttle von Hong vom Radar verschwunden war. Kurzum, Kai interessierte es, dass Beths Raumer andockte, Cap und Larissa in Unterwäsche durch den Tunnel und die Schleuse hetzten und sich die Revenge anschließend vom sprichwörtlichen Acker machte. Ja, dachte Cap, so sieht Abhauen aus. Wir haben das mit Michael besprochen, widersprach Larissa. Er hat uns ermutigt, das Weite zu suchen. Inzwischen war sie über Michaels wahre Identität als Spion der nördlichen Hemisphäre informiert worden. Sie hatte es mit einem Achselzucken und der Androhung, ihn eigenhändig einen Kopf kürzer zu machen, sollte er seine Freunde hintergehen, akzeptiert. Dass Michael auf Kopernikus die Stellung hielt, schmeckte Cap ebenso wenig wie Fanner zurückgelassen zu haben, obwohl ihm durchaus bewusst war, dass sein Freund dort mehr erreichen konnte als auf Big Bethany's umgebautem Frachtschiff. Einen zuverlässigen Kontakt auf Kopernikus zu haben, konnte nicht schaden. Er will übrigens mit uns reden, sagte Larissa und stand auf. Michael? Sie nickte. Wir erwarten dich im Konferenzsaal. Eine schamlose Übertreibung für die zehn Quadratmeter kleine Büchse, in die sie sich gleich zu dritt zwängen würden. Selbst Hagens Büro wirkte im Gegensatz zu Big Bethany's ehemaligen Quartier wie ein Ballsaal. Cap griff nach der Kaffeetasse. Bin gleich da. Die Gabel in Tess' Hand schwebte unsicher in der Luft. Würziger Duft zog durch den kleinen Raum. Die dunkle Soße auf dem Tellerrand hatte bereits eine dünne Haut gebildet. Trotzdem pochte Tess angesichts der Köstlichkeiten das Herz. Fleisch. Braun. Gemüse. Grün. Und etwas Weißes, Körniges, das man ihr als Reis vorgestellt hatte. Sie schluckte den Speichel hinunter, der sich in ihrem Mund gesammelt hatte. Wäre sie eine Verräterin, wenn sie das aß? Ihr Magen knurrte. Ihr Atem ging schneller. Sie hatte nichts ausgeplaudert. Zumindest nichts von Bedeutung. Hatte schwarz erfundene Namen genannt, sich Details ausgedacht. Daran war sie gut. Die vielen Geschichten, die sie während der langen Abende am Lagerfeuer gehört hatte, zahten sich aus. Es ist wichtig, dass du weitermachst, Eichhörnchen. Wiederholte sie leise die Worte von Louis, die er ihr in der Lüftungsröhre durch den Ohrhörer zugeraunt hatte. Du musst einfach nur daran denken, wie wichtig es ist, was du tust. Eichhörnchen, du stehst echt hoch im Kurs bei uns. Ohne dich sind wir alle aufgeschmissen. Unser Team, unsere Leute auf Kopernikus und Kepler. Alle. Und jetzt atme tief durch. Wir sind bei dir. Die ganze Zeit. Jetzt waren sie es nicht. Und Tess hatte Angst. Nicht davor, dass man sie tötete. Nein, das brächten sie nicht fertig. Nicht ein gesundes Mädchen, wie sie es war. Sondern davor, dass man sie an die First Class auslieferte. Denn dort würde sie landen, wenn Schwarz heraus bekäme, dass sie log wie gedruckt. Was würden er und seine Leute für sie bekommen? Wie viel brachte die Arbeitskraft einer knochigen Elfjährigen ein in den Willen der Reichen und Schönen, die jeden Tag ihre Teller mit Fleisch, Gemüse und Reis füllen konnten? Die Gabel stach zu. Das Messer säbelte ein Stück des zarten Gewebes ab. Tess steckte es sich in den Mund und hätte beinahe laut geseufzt. Für das Aroma fand sie nur Schwerworte, sagte sie.